Es wird mal wieder ein Video für beide Lager werden. Viele von euch sind auf dem Kanal wegen Jurassic Park und Jurassic World, andere auch wegen dem Thema Godzilla, was ich vernachlässigt habe, ich weiß es. Aber jetzt kommt immer mehr, gibt mir aber auch mal die Chance, da selber wieder ein bisschen reinzukommen nach und nach. Und immer wieder kommen hier Themen auf, wo ich beide Sachen zusammenschmeißen muss. Auch in diesem Video jetzt hier sprechen wir über die Fortsetzung der Jurassic World Reihe, über die Zukunft von Jurassic World und warum das, was jetzt im Monsterverse passiert, so extrem wichtig dafür ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ihr kennt meine Meinung zu der ganzen Nummer, Universen aufbauen, alles muss irgendwie miteinander zusammenhängen. Ich bin da kein Riesenfan davon, weil viele Projekte, Marvel oder auch Star Wars, die versuchen einfach nur zwanghaft irgendwelche Connections zu anderen Filmen oder Serien zu ziehen und vergessen dabei so ein bisschen wirklich eine eigene Handlung für etwas zu erzählen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum bei Marvel die meisten Leute nur über die Post-Credit-Scene sprechen. Es hat niemand über Ant-Man selber gesprochen bei Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Die Leute haben nur über die Post-Credit-Scene gesprochen. Und genau das Problem habe ich auch damit, dass diese Post-Credit-Scenes meistens das Interessanteste für alles sind. Die gesamte Geschichte an sich ist einfach nur ein riesiger Cliffhanger, bis dann irgendwann der große Avengers-Climax kommt. Und das finde ich ein bisschen schade. Allerdings haben wir auch hier Unterschiede, die wir uns anschauen müssen. Marvel ist unfassbar komplex. Marvel hat unfassbar viele Helden. Wahrscheinlich kommen wir da weit über 100 Helden insgesamt. Ihr könnt es mir in die Kommentare mal reinschreiben, wenn ihr da ungefähr eine Zahl habt. Das Monsterverse selber wird hierbei anders vorgehen. Auch hier wurde schon bestätigt, dass es vorerst keine Filme geben wird, die nur Mothra betreffen, die nur Rodan betreffen. Warum ist das so? Naja, Hollywood geht hier eher auf Nummer sicher. Deswegen bekommen wir auch Godzilla Cross Kong nochmal. Also quasi nochmal beide Kaijus in einem Film. Weil eben Godzilla ein Zugpferd ist hier im Westen. Unter den ganzen Kaijus funktioniert Godzilla einfach am besten für uns. Und Hollywood schaut da eben in allererster Linie auch auf die Zahlen, die eben generell Europa oder generell in der westlichen Welt so anfallen. Mothra bekennen die wenigsten, wahrscheinlich eher nur die Godzilla-Fans. Würde jetzt jemand, der Godzilla nicht kennt, in einen Film reingehen, wo es über einen riesigen Schmetterling oder eine riesige Motte geht. Da ist man sich eben nicht so ganz einig und deswegen geht man hier auf Nummer sicher. Ebenfalls wird auch das Jurassic-Universum weiter ausgebaut werden. Ja, Colin Trevorrow selber hat veröffentlicht, dass Jurassic World Dominion lediglich der Türöffner für ein riesiges Franchise sein wird. Und man geht auch hier davon aus, sie werden eine Art Universum aufbauen. Bisher haben wir nur Spekulationen gehabt, wie das Ganze aussehen könnte. Es gab so ein paar Fanarts von irgendwelchen Timelines und wir haben auch schon mal drüber gesprochen gehabt, wie das Ganze denn aufgebaut sein könnte. Godzilla wird nun also den ersten Schritt in die Richtung machen, wie man denn mit so einem Universum noch umgehen kann, wo es wenig Sinn macht, eigene Geschichten von einzelnen Figuren zu erzählen. Ich meine, ein Film über John Hammond könnte definitiv rauskommen. Ja, ein Film über Ian Malcolm an sich? Nein, wir gucken uns die Jurassic-Filme an, wegen Dinosauriern, vielleicht auch manche wegen den Hybriden. Aber ein Film über Ian Malcolm würde da irgendwie den Interessenrahmen sprengen. Außerdem glaube ich auch, dass jemand wie Jeff Goldblum erstmal nicht zwingend in einer Fortsetzung dabei sein würde. Also muss man sich überlegen, wie bringt man jetzt ein Universum auf die Beine, das eben dem Marvel-Konzept nicht komplett ähnlich ist, was aber davon leicht abgewandelt sein wird. Und Godzilla macht es jetzt vor und hat uns quasi erklärt, wie so ein Universum aussehen kann, ohne es wirklich, naja, so auch eins zu eins zu sagen. Schauen wir uns einfach mal an, was wir gerade wirklich von Godzilla bekommen werden und vergleichen das mal mit dem, was wir jetzt über die Fortsetzung des Jurassic-Franchise wissen. Wir bekommen im Kino einen neuen Godzilla-Film, Godzilla Cross Kong, der die gesamte Geschichte nach Godzilla vs. Kong fortsetzen wird. Dazu haben wir eine Animationsserie bekommen, welche Lücken schließt, die eben, naja, in der Vergangenheit spielen und quasi eine Vorgeschichte zur gesamten Kong-Thematik ist. Außerdem bekommen wir eine Apple TV Plus Godzilla-Serie mit dem Titel Monarch Legacy of the Monsters, welche uns ebenfalls eine Brücke liefert zwischen zwei Filmen, Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters. Wir müssen jetzt hier nicht ausdiskutieren, ob so Brücken cool sind, ob man das wirklich braucht. Ich habe das, glaube ich, schon oft genug gesagt. Nicht zwingend eigentlich, aber so läuft es jetzt eben nun mal ab und damit müssen wir uns arrangieren. Was wissen wir nun über das Jurassic-Franchise? Auch hier bekommen wir eine Animationsserie, welche wieder einmal Brücken schließt, nämlich die Brücke zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion. Und damit haben wir unsere Formel sehr wahrscheinlich auch schon gefunden. Die gesamte Jurassic-Reihe wird, genau wie die Godzilla-Reihe, irgendwann fortgesetzt werden. Das kann auch ein, zwei, drei Jahre dauern, aber auch Jurassic World Dominion wird nicht der Cut gewesen sein, der chronologisch passiert ist. Wir werden noch Geschichten erzählt bekommen, die nach Jurassic World Dominion spielen und die werden, wie bei Godzilla auch, als Kinofilme produziert werden. Ebenfalls werden wir in der Timeline immer wieder mal zurückspringen und einzelne Geschichten erzählen. Vielleicht sogar Geschichten aus der Zeit des Jurassic Park selbst. Diese Geschichten allerdings werden als Serie erscheinen. Welche Plattformen, das ist natürlich noch komplett offen. Aber auch das würde in einem Jurassic-Franchise, wie auch bei Godzilla, einfach nur sehr viel Sinn ergeben. Das heißt, man bedient sich quasi einem anderen Medium. In Anführungszeichen, anderes Medium. Es ist ja beides das Medium Film im Endeffekt. Aber eben jetzt hier auf Serien aufgesplittert, um Vorgeschichten zu erzählen, während die Fortsetzungen allerdings in Filme gepackt werden. Ein Riesenvorteil daran ist eben einfach, dass man nicht nur einfach in der Zeit immer wieder zurückspringen kann, um auch mal andere Unbegebenheiten zu erklären. Zum Beispiel auch, warum hat ein John Hammond ein Dennis Nedry eingestellt, obwohl er doch eigentlich wusste, dass Dennis Nedry schon relativ labil war und auch sehr verschuldet war und sehr anfällig dafür gewesen sein muss, irgendwie Scheiße zu bauen. Und diesen Mann hockt er aber einfach an das Sicherheitssystem des Parks. Das könnte man in der Serie vielleicht noch ein bisschen mehr erklären. Außerdem könnten wir dann bei einer Jurassic-Kinofilm-Fortsetzung einen gewaltigen Zeitsprung von Jurassic World Dominion bis zum nächsten Jurassic-Film machen. Und dieser Zeitsprung könnte Thematiken aufwerfen, die wir als Zuschauer noch nicht gesehen haben. Und diese Thematik wird dann mit einer Brücke von einer Serie geschlossen werden. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das Ganze meine. Die Godzilla-Reihe, das Godzilla-Universum macht es ja bereits. Wir bekommen Animationsserien eben auch für die jüngeren Zuschauer, was auch das Jurassic-Franchise weiter fortführen wird, und eben auch eine Real-Life-Serie. Und die Serien hier schließen lediglich Lücken, die wir eben bekommen haben, durch die verschiedenen Filme, um eben auch einfach Logikfehler oder Gedankenfehler ein bisschen auszumerzen. Wie gesagt, davon kann man halten, was man will, aber ich finde diese Herangehensweise relativ gut für Franchises wie Godzilla oder eben auch Jurassic Park und auch Jurassic World. Denn die Marvel-Herangehensweise würde man hier nicht eins zu eins kopieren können. Ich meine, Marvel ist so ein bisschen darauf aufgebaut, immer erst mal Einzelfilme von verschiedenen Helden zu zeigen und danach dann das große Avengers zusammentreffen. Das würde hier nicht wirklich funktionieren. Aus diesem Grund bekommen wir auch gleich wieder Godzilla-Cross-Kong, wo beide Godzilla und eben Kong auftauchen werden, und bekommen nicht erst noch einen Film, der nur Godzilla beinhaltet, einen Film, der eben nur Kong beinhaltet. Das bekommen wir nicht. Stattdessen haben wir eine Serie bekommen, bei der es sich mehr um Kongs Geschichte dreht, eben um Skull Island. Und jetzt bekommen wir noch eine Serie, die sich eben mehr um Godzilla dreht, damit wir die beiden Lager schon mal abgedeckt haben und in der Fortsetzung einfach ganz gezielt mit beiden im Kino weitermachen können. Auch bei Jurassic Park könnte man zum Beispiel so weit gehen und sagen, dass wir eine Serie bekommen, die sich immer mit der Vergangenheit beschäftigt. Mit verschiedenen Personen, mit den Vorfällen auch im normalen Jurassic Park, vielleicht auch einfach mit Ereignissen zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2, mit Ereignissen, wie die Regierung mit so einem Jurassic Park umgeht, oder mit dem Vorfall in San Diego. Während wir aber dann noch eine andere Serie bekommen, in diesem Fall eben eine Animationsserie, die uns einfach die Geschichte erzählt zwischen Jurassic World 2 und eben Jurassic World 3. So, und jetzt bist natürlich wie immer du gefragt, was sagst du zu diesem möglichen Konzept, zu dieser möglichen Formel, die sowohl das Monsterverse als eben auch das Jurassic Universum betreffen könnte? Sagst du, das ist eine gute Idee? Oder hast du vielleicht noch andere Vorschläge? Schreib mir all deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.